Was ist das schwerste Biom in ganz Minecraft? Du denkst jetzt vielleicht an Ozeane, jedoch gibt es dort immer noch Holz und gute Items in Schiffrax. Hmm, aber eine Wüste hat zum Beispiel kein Holz, jedoch findest du dort immer noch Pyramiden, was es nicht zum schlechtesten Biom machen kann. Doch wenn du in einem Pilz-Biom spawnst, findest du dort kein Holz und keine Strukturen mehr und du hast fast kein Essen, da du Holz bräuchtest, um von Kühen unendlich Essen zu bekommen. Bleibt dir nur, die Kuh noch zu töten, was dir aber wenigstens ein bisschen Essen geben kann, was es auch nicht zum schlechtesten Biom machen kann. Also habe ich gesucht und das absolut schlechteste Biom ist das Ice-Spike-Biom, denn nicht nur gibt es dort kein Essen, nein, es gibt auch keine Iglus, denn in einem Ice-Spike-Biom kann sowas nicht spawnen. Und Essen findest du auch fast gar keins, da Hasen nur ganz selten dort spawnen können, was es zum schlechtesten Biom überhaupt macht. Und daher kannst du in diesem Biom auch fast nicht spawnen, wenn du in der Welt startest. Und das beantwortet die Frage...